Hey Leute, heute haben wir für euch 6 Dinge, die Donald Trump heimlich genießt. Oder wie er es nennen würde, Fake News. Los geht's! Nummer 6. Wir alle wissen ja, dass Donald Trump ein sehr außergewöhnlicher Mensch ist und daher ist es nicht verwunderlich, dass er auch bei der Wahl seiner Nahrungsmittel ganz spezielle Vorlieben hat. Seine Frühstückseier hat er am liebsten komplett durchgekocht, seine Steaks isst er gerne doppelt und dreifach durchgegart mit Ketchup und zusätzlich hat er noch eine Vorliebe für Big Macs. Aber gut, wer mag die auch nicht? Und die Nummer 5. Wie viele andere Menschen in seinem Alter liest Donald Trump morgens am liebsten erst einmal die Zeitung. Eine seiner Lieblingszeitungen ist die New York Times. Doch anders als die meisten in seinem Alter verbringt er dann den Rest des Tages auf Twitter, um sich auf dem Laufenden zu halten und seine mehr oder weniger beliebten Tweets in die Welt zu setzen. Und die Nummer 4. Alle Präsidenten der USA scheinen eine besondere Vorliebe fürs Golfspielen zu haben und Donald Trump ist da keine Ausnahme. In der Vergangenheit kaufte er jede Menge Golfresorts und private Golfclubs. Das amerikanische Volk ist jedoch nicht begeistert von seiner Vorliebe fürs Golfen, denn viele sind der Meinung, Trump sollte lieber mehr arbeiten, als jedes Wochenende auf dem Golfplatz zu verbringen. Die Flüge zu seinen Golftrips werden nämlich zum größten Teil mit der Air Force One durchgeführt. Dadurch entstehen extrem hohe Kosten, die am Ende vom Steuerzahler bezahlt werden. Nummer 3. Neben vielen anderen erfolgreichen Menschen, wie zum Beispiel Bill Gates und Mark Zuckerberg, liebt es Donald Trump, morgens früh aufzustehen. Sein Wecker klingelt meistens zwischen 4 und 5 Uhr morgens. Außerdem benötigt er laut eigenen Aussagen pro Nacht nicht mehr als 4 Stunden Schlaf. Die meisten Menschen würde das krank machen, aber es wurde tatsächlich herausgefunden, dass manche Menschen mit so wenig Schlaf pro Nacht dauerhaft auskommen können. Kommen wir zu Nummer 2. Wir haben ja bereits herausgefunden, dass Donald Trump nicht die gesündeste Ernährung hat. Neben Fast Food hat er eine besondere Vorliebe für Eiscreme, wie diese Fotos hier zeigen. Seine Lieblingssorte ist Kirsch Vanille, doch Donald Trump ist nicht der einzige, der gerne Eis isst. Auch sein Vorgänger Barack Obama hatte eine ganz spezielle Vorliebe dafür, wie diese sehr lustigen Fotos hier zeigen. Und damit sind wir auch schon bei der heutigen Nummer 1. Donald Trump liebt Musik. Sein Lieblingssong ist Is That All There Is von Peggy Lee. Der Song war in den 60er Jahren ein großer Hit und die Melodie wurde von Jerry Lieber und Mike Stoler geschrieben, welche auch für Songs wie Jailhouse Rock und Hound Dog verantwortlich sind. Ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns doch mal eine positive Bewertung, dann wissen wir Bescheid. Hier haben wir jetzt noch 5 Dinge, die Kim Jong-Unheimlich Spaß machen für euch. Zum Anschauen klickt einfach drauf. Und damit war's das auch schon wieder für heute. Habt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao!